Was? Karten? Kartenspiele spielen? Gesellschaftskartenspiele? Schön, glaube ich. Weiß nicht. Habe ich schon gesagt, dass mir furchtbar warm ist? Dass ich gerade voll eingehe. Ich geh gerade ein. Ich sterbe, glaube ich, gerade. Fühlt sich so der Tod an? Geil. Hey, hier, können wir... Was? 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 Habe ich was? Was habe ich schon wieder falsch gemacht? Sandy spricht mich schon wieder an. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Sandy redet nur mit mir, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Das ist normal. Hat sogar ein Digimon, was wir da... Oh, guck mal, ein Breakdramon. Solltest du nicht ein Breakdramon werden? Du weißt Zeranomon, ey. Lobmon. Oder Lobmon, oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Den finde ich süßer. Der ist wesentlich süßer. Der ist wirklich... Der ist einfach niedlicher. Ich weiß nicht, warum. Der ist niedlicher. Ich mag Terriamon, aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann wirklich Lobmon. Oh, Lobmon, oder wie auch immer. Das dauert so ewig mit denen hier, ey. Können sie auch erstmal zu was anderen digitieren lassen, oder? Ach nee, du solltest ja... ...ääh, das werden. Das Breakdramon. So, genügend Fähigkeit hast du für Breakdramon. Dann arbeiten wir dran. Hallo Iris. Nein, Tactical USBs brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt eigentlich alles. Ich habe jetzt alles an Tactical USBs, die ich haben wollte. So, und das, 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 das Platin nun nehmen und das können wir mal wegmachen. So. Ich kann auch einen mit fünf reinmachen. Ja, lassen wir es erstmal so. Laschen wir es erstmal so. Oh, ist das warm, ey. Oh Gott, oh Gott. Ne, wir haben jetzt, glaube ich... Jetzt hat auf jeden Fall jedes der Digimon, die wir jetzt zum Leveln nutzen, ääh, Tactical USBs. Also, wir brauchen wirklich keine. Und das ist echt cool, dass alle jetzt das haben. Ich freue mich. Ach, die quatscht auch noch, die Alte. Wie man sieht, wir kriegen jetzt richtig viel EXP. 53.000, geil. Alter, Mutpunkt D. Haben wir nicht noch ganz viele Mutpunkte A bekommen? Huch, aufpassen. Mach Machtsturm weg. Ach, du lernst einfach zu viel. Rommi ist cool. Rommi ist auch etwas, was ich kann. Zumindest damals, in meiner Jugend. Uno ist eher so... Was ich noch kenne, ist Schwimmen. Gut, wobei, ich glaube, das gibt es auch unter anderen Namen. Ich kenne es unter Schwimmen. Ich weiß nicht, unter welchen anderen Namen es noch gibt, aber gut. Wie heißt denn Schwimmen noch? Also, ihr wisst, was ich meine. Diese drei Karten spiele. Also, du spielst ja mit den drei Karten. Also, ich weiß nicht, ob das irgendjemand unter den Namen Schwimmen kennt. Das ist so schwer zu erklären da, ansonsten. Ein Wap-Punkt. Wap. Kann ja eigentlich noch mal ganz kurz. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir das auch ganz kurz machen. Vor allem mit Schön und so. Da muss er sowieso. Mach mal Gilmon, bitte. Ich will mal gucken. Gilmon kann auch hier zu einem anderen Gremon werden. Ich habe keine Ahnung, was für eins. Ja gut, der Rest ist ja alles, ne? Ja, ich weiß nicht, Sandy. Ich glaube, Knack. Ich kenne das nur unter den Namen Schwimmen. Ne, nicht Blackjack, sondern... Das ist schwierig zu erklären. Dieses... Ja, stimmt. Loosemon müssen wir auch noch machen mit Zelda. Du hast halt da drei Karten. Jeder Spieler hat drei Karten. Drei Karten liegen in der Mitte. Und du musst versuchen, 31 zu bekommen. Und du kannst ja die Karten immer so austauschen. Und dann gibt es Klopfen oder Schieben und so. Weißt du? Könnte ja das sein. Ja, das muss er sein. Makiko, mach auf. Mach schon auf. Okay. Was? Da ist nichts drin. Hä? Eine Falle. Nicht zu fassen, dass ich darauf reingefallen bin. Hä? Das ist keine Falle. Weil es nie einen Schatz gegeben hat. Hä? Wer bist du? Dort drüben. Respekt, dass ihr so weich gekommen seid, ne? Euer Einsatz verdient Applaus. Aber ich kann mich nicht erinnern, dich eingeladen zu haben. Kommissar und Date. Bist du das mysteriöse Cybergesicht? Äh. Wie kannst du hier sein? Du solltest in Haft sitzen. Es sei denn... Ha, ihr habt's recht. Freue mich, dich kennenzulernen. Ich bin das wahre, mysteriöse Cybergesicht. Die Person, die ihr verhaftet habt, ist nichts als eine Ablenkung. Wir haben plätze getauscht, als Kommissar Matayoshi mich gerade festnehmen wollte. Darum hat er also keine unserer Fragen beantwortet. Ist Kommissar Matayoshi nicht hier? Ich dachte, der Shinjuku Matagi wäre der einzige, der in der Lage wäre, den Goat zu knacken, den ich meinen Städtvertreter gegeben habe. All das hier ist also eine Falle für ihn. Was führst du im Schilde? Hör auf damit, die Polizei zu verspotten. Wir haben Wichtigeres zu tun. Verspotten? Ha, das ist nicht das, was ich erreichen will. Eigentlich sogar das Gegenteil. Ich weiß, dass du ein herausragender Polizisten bist. Also habe ich dich herausgefordert. Wovon redest du? Ich wollte herausfinden, wer überlegen er ist. Ich? Ein wahres Genie oder die japanische Polizei? Ein freundschaftliches Kräftemessen. Obwohl er in der unbedeutenden Ermittlungseinheit für Cyberkriminalität versauert, ist Kommissar Matayoshi außergewöhnlich bejabt. Sein beispielloses Netzwerk an Kontakten und sein unerschüttlicher Gerechtigkeitssinn machen ihn zu einem einzigwürdigen Widersacher. Darum wollte ich ihn hier einladen und ihm persönlich Hallo sagen. Deine Fähigkeit lassen zu wünschen übrig, Kommissar Date. Hat die Klappe. Ich werde nicht zulassen, dass du Makiko so beleidigst. Du? Sie hat mir geholfen, als ich in der Klemme steckte. Ich habe Angst vor Menschen und niemand wollte mir zuhören. Bis auf sie. Wenn du sie beleidigst, wirst du es bereuen. Ah! Was? Es digitiert! Oh oh. Oh oh. Na ja, gut. Hä? Oh, ist das süß. Sieh mal ohne M. Was zur Hölle ist das denn? Lupen ist auf einmal riesengroß. Das kann nichts Gutes bedeuten. Verwandle dich zurück. Digitation? Dabei werden Digimons stärker, indem sie auf die Gefühle ihres Partners reagieren? Ist es mein Partner? Ja, Makiko. Ich bin Antalya, Mann. Ich bin stärker geworden, damit ich dir für deine gute Tat danken kann. Schnappen wir ihn uns. Ja, ich weiß nicht, was genau los ist, aber das klingt gut. Wir brauchen Matayoshis Hilfe nicht. Wir können ihn selbst ausschalten. Du hast solch starkes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Du bist deine Karriere leider hinaufgestürmt, aber dann hast du deine Aussichten für einen Wechsel in die Einheit für Cyberkriminalität geopfert. Und alles nur, damit du dich bei Kommissar Matayoshi für einen Gefallen reflengieren konntest? Seine Loyalität ist bewundernswert. Ne, Antalya Mon oder wie der heißt? Antalya Mon, der heißt Antalya Mon. Das ist irgendwie... Das ist schon nicht mehr süß. Du hast deine Hausaufgaben gemacht? Natürlich, es ist grundlegend, seinen Feind zu kennen. Allerdings ist es immer noch zu früh, um zu bestimmen, ob du würdig bist, meinem nächsten Gegnerin nach dem Shinjuku Matagi zu werden. Vielleicht sollte ich gegen dich kämpfen und herausfinden, ob du eines Tages in die würdige Widersacherin abgeben wirst. Oder mit mir auch... Hast du dich gründlich übernommen? Keist, Antalya Mon, lass dich nicht entkommen. Warum muss ich denn das machen? Wir werden dich für Matayoshi zur Strecke bringen. Du kannst dir viel ersparen, wenn du dich ergibst und einfach mitkommst. Na, was hat denn der? Hoffentlich irgendwas Cooles. Naja, ist jetzt nicht so cool, aber... Ist jetzt nicht, ne, der Wahnsinn, aber okay. Es ist okay. Nein, das ist nicht der Osterhase. Der Osterhase ist tot. Entschuldigung, aber es ist halt einfach so. Genau, Antalya Mon, genau, wie ich sagte, Antalya Mon. Ich kann ja nichts dafür, wenn der Antalya Mon heißt. Ich finde den Namen halt einfach super. Antalya Mon hat Stil. Boah, daneben. Gibt's ja gar nicht. Ich kann's mal aufhören, mich zu heilen, das brauch ich jetzt ja gar nicht. Hm. Guck, Digimon Tamers. Warte mal, müsste ich doch eigentlich, müsste ich doch eigentlich sogar kennen, wie der ausgesprochen wird. Weil Digimon Tamers kenne ich. Boah, ich hab keine Erinnerung da dran. Ich kenn ihn jetzt wirklich nur noch unter dem Namen Antalya Mon, weil ich's mir irgendwann so eingeprägt hab, dass er Antalya Mon heißt. Alles, was ich nicht aussprechen kann, kriegt einen eigenen Namen. Das ist normal. Aber da kam er doch vor, meine ich, ne? Ja, stimmt. Ich glaub, so gegen Ende. Voll Puma mäßig. Was für ein Film war das erste? Also ich weiß nur, dass er wirklich in der Serie halt kam. Okay, wir haben sie gleich, sind gleich alle tot. Okay, es dauert aber trotzdem. Was es ladet? Bei mir nicht. Bei mir ist alles gut. Süß. Bei den Niedlichkeitsattacken. Habe ich schon erwähnt, dass mir warm ist? Und dass hier überhaupt gar keine Luft mehr drin ist? Oh Gott, ich find das so gruselig, dass sich diese Kolben da bewegen, ey. Das macht mich völlig fertig. Ja, genau, von der kleinen Schwester. Genau, stimmt. Stimmt. Gott, das waren noch Zeiten. Danke für die Heilung, brauche ich nicht. Was macht die denn da? Ähä, ich hab noch nie die Spezialtechnik von hier gesehen, von Antalya Mon. Oh, der macht so niedliche Attacken, ey. Was, das sagte ich schon mal? Ja, das kann gar nicht sein. Ja, Black Gogo, machen wir noch. Was zieh ich aus? Was? Nein. Wer sagt, dass ich denn überhaupt was anhabe? Normalerweise rede ich immer nur nackt mit euch. Das ist halt normal. Das brauche ich für mein persönliches Entwinden. So, so viel Heilung hat Toru Kraymon. Oh, hier nervt mich langsam. Ihr, dein Reiznetz da, oder Reißnetz. Jawohl, wie schmeckt dir das? Hm? Ich schätze, hier sind wir fertig. Ha, den Freund hier ist äußerst beeindruckend. Weil du bemerkt hast, dass ich mich stark zurück... Äh, wö? Wie du bemerkt hast, dass ich mich stark zurückgehalten... Zurückgehalten... Was? Habe ich mich stark zurückgehalten, aber das war nur die erste Runde. Meine Güte, ich muss richtig reden. Was? Aber keine Sorge, ich habe nicht im Sinne, diese Angelegenheit heute weiterzuführen. Ich kann deine Fähigkeiten jetzt gut abschätzen. Und es scheint, als wäre der Gast eingetroffen, den ich erwartet hatte. Hä? Meinst du mich? Warte, Yoshi, was machen Sie denn hier? Ich bin hier, weil ich den Code geknackt habe. Wieso auch sonst? Aber dieser Code war doch... Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe einen sehr fähigen Assistenten. Ich musste nur fragen, ob sie... Und sie hat ihn für mich geknackt. Was, ich schäme mich für meinen Körper? Nein, eigentlich nicht. Also ganz ehrlich, eigentlich nicht. Eigentlich schäme ich mich nicht für meinen Körper. Man sollte sich auch nie für seinen Körper oder seinen Charakter schämen. Nie. Deine mysteriöse Partnerin, die Ermittlerin in Nakano. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Du wirkst nicht überrascht, mich zu sehen. Ich vermute, dir ist klar geworden, dass das mysteriöse Cybergesicht in deiner Zelle ein Platzhalter ist. In der Tat. Wie... Bitte verrate es mir, damit ich daraus lernen kann. Es war einfach. Ein Bittlungsinstinkt. Haha. Du bist echt ein Original. Letztes Mal hast du dich... Hast du mich reingelegt, aber dieses Mal werde ich dich hochnehmen. Dieser Ort wurde von außen gehackt. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Das macht mir keine Sorgen. Ich habe diverse Fluchtwege. Was? Äh. Er ist weg. Das Spiel geht weiter. Aber für heute muss ich euch lebwohl sagen. Kommissar Matayoshi, Kommissarin Date und Case. Toll. Ihr seid wirklich Rivalen. Heute war ein äußerst aufschlussreicher Tag. Bis zum nächsten Mal. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Er muss hier irgendwo sein. Ich werde ihn finden. Es ist zwecklos. Er ist nicht mehr auf dem Server. Er hat uns wieder reingelegt. Aha. Es tut mir leid, Herr Kommissar. Es ist meine Schuld, dass er entkommen ist. Mach dir deswegen keine Vorwürfe. Bestimmt werden sich unsere Wege wieder kreuzen. Es werden noch viele Gelegenheiten gehen, ihn zu verhaften. Wobei ich bis dahin eventuell in Pension bin. Höhöhöhöh. Herr Kommissar Matayoshi. Dann wird es an dir liegen, ihn zu schnappen. Ich weiß, dass du das Zeug dazu hast. Und wie es aussieht, hast du einen großartigen Partner gefunden. Ich werde ihn kriegen. Ich werde ihn kriegen. Stimmt's, Makiko? Natürlich werden wir das. Aber noch bin ich nicht pensioniert. Ich werde ihn verfolgen wie ein Spürhund. Vor uns liegt viel Arbeit, Date. Ich bin dabei, Herr Kommissar. Hm. Was das mit dem Code auf sich hat? Der Hinweis war Matayoshis Partner. Ich hatte vor langer Zeit einen Partner. Sein Name war das Passwort. Er weiß so viel über sie. Wer ist er? Ich habe ehrlich keine Ahnung. Vielleicht ein Hacker-Genie oder ein Verkorkser-Freak, dem es Spaß macht, die Polizei zu ärgern. Beim aktuellen Zustand der Welt würde es mich nicht einmal wundern, wenn ich erführe, dass er in Wirklichkeit ein Digimon ist. Wir werden die Wahrheit nicht erfahren, bis wir ihn schnappen. Das wird ein Festtag. Ja, das haben wir auch fertig. Aber bevor ich mir das da angucke und es eventuell weitergeht. Machen wir jetzt Feierabend. Hey, den Schrank. Achso, den PC benutzen. Also ich wollte den Schrank benutzen. Ja, das ist sowieso nie der Schrank benutzen. Ich darf nie den Schrank benutzen. Na gut, wie gesagt, wir machen Feierabend, wa? Ich muss hier raus, ehrlich gesagt. Ich muss hier wirklich raus. Ich gehe hier ein. Ich sterbe. Mein Herzschlag hat sich schon auf 20 Schläge die Minute heruntergefahren. Oder 100? 120? Na gut, 120 sind glaube ich zu viel, oder? Ich habe keine Ahnung von Medizin. Ich weiß einfach nichts. Na gut. Ich mache jetzt Feierabend, ne? Ich hoffe... Ja, beim nächsten Mal leveln wir wieder, ne? Mal sehen, was wir hier dann... Was wir hier... Hier für Digimons noch so und so, ne? Da müssen wir mal gucken. Wir gucken auf jeden Fall mal, ne? Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal Digimon wieder. Oder beim nächsten Mal... Willst du nach Namine wegen Schrank? Ja, ne. Ich wollte einfach nur in den Schrank. Ich, ich, ich... Normalerweise halte ich mich immer in Schränken auf. Einfach nur, um die Leute außerhalb zu stalken. Ich gucke immer so durch den Schlitz und atme so ganz hart. So. Was? Morgen oder heute? Sag einfach Bescheid, Taimu. Gib, 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 gib irgendwie Bescheid. Gib, gib, gib laut. Einmal bellen oder so. Ich weiß nicht. Na gut, habe ich schon erwähnt. Dass es warm ist. So, ich mache jetzt erstmal hier, ne? Erstmal, erst mal Feierabend. Ich muss wirklich raus. Ich muss noch was, was, was essen. Ich muss noch was trinken. Ich muss noch atmen. Ich hoffe, wir sehen uns dann eventuell Montag wieder. Ich weiß noch nicht, ob es Montag wirklich... Das muss ich wieder alles arbeitstechnisch, ne? Das ist dann arbeitstechnisch. Ah, es kommt irgendwas rein. So, das ist dann arbeitstechnisch. Weiß ich nicht, ob das klappt. Wie gesagt, Montag. Müsst ihr euch überraschen lassen. Ob wir Persona 5 spielen, müsst ihr euch überraschen lassen. Was willst du? Hilfe! Sandy hat mich misshandelt. So, gute Nacht euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Aua! Tschüss.